Herzlich willkommen bei Gravity's Plus. Die Apple AirPods sind für viele zu einem alltäglichen Begleiter geworden. Deshalb haben wir heute etwas Besonderes für euch. Und zwar ein Gerät, mit dem ihr eure AirPods schnell, einfach und komfortabel laden könnt. Das Wireless Charging Case von Networks. Eine Schutzhülle mit induktiver Ladefunktion. Und was das Produkt alles so ausmacht, das zeige ich euch jetzt. Die Verpackung ist kompakt und zur Erinnerung, Networks ist eine Marke von Grabis. Und da haben wir schon die Schutzhülle. Edles Design. Und da packe ich jetzt einfach mal meine AirPods rein. Ich habe jetzt mal meine schicken AirPods dazu geholt. Die sind natürlich perfekt kompatibel. Zack, eingerastet und Deckel drauf. Perfekte Schutzhülle. Auch an die Koppeltaste wurde gedacht. Das Ganze ist quasi ein Upgrade, das die AirPods kaum schwerer macht. Tada! Mein persönliches Highlight ist, dass die AirPods jetzt induktiv ladbar sind. Und zwar auf jeder Qi-Ladestation. Achtung! Ist das nicht cool? Kommen wir zu meinem Fazit. Mit dem Wireless Charging Case von Networks sind jetzt eure AirPods induktiv aufladbar auf jedem Qi-Ladegerät. Die Schutzhülle bewahrt sie vor Schmutz, Beschädigungen und Kratzern. Kompatibel ist es natürlich mit den AirPods der ersten und zweiten Generation. Und ihr könnt es euch anschauen in unseren Stores oder bei gravis.de. Ich sag mal, es ist ein absolutes Must-Have für jeden, der gerne viel Musik hört. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Gravity's Plus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.